Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz geben wir wichtige Impulse, um Ausländerinnen und Ausländer möglichst schnell und gut an unseren Arbeitsmarkt heranzuführen. Denn es gibt kaum eine bessere Form der Integration in unsere Gesellschaft als eine Beschäftigung mit möglichst guter Qualifikation. Die Neuregelungen wirken sich besonders für Asylbewerberinnen und Asylbewerber aus, auch für Geduldete und auch für Bürgerinnen und Bürger aus den EU-Mitgliedstaaten. Das Gesetz soll die Menschen in ihren Bemühungen um die Verbesserung ihrer Beschäftigungsfähigkeit stärker unterstützen und soll ihnen damit helfen, Fuß zu fassen und dadurch die Abhängigkeit von Sozialleistungen zu reduzieren oder zu vermeiden. Das ist ein wichtiges Ziel. Als wichtigste Instrumente öffnen wir daher die Ausbildungsförderung und wir verbessern den Zugang zu Spracherwerb für Geflüchtete und das ist das A und O der Integration. Denn wir dürfen Menschen, die voraussichtlich längere Zeit in Deutschland leben, nicht zu Untätigkeit und Perspektivlosigkeit verdammen, sonst schaffen wir uns neue soziale Probleme. Personen, die Zugang zum Arbeitsmarkt haben, sollen diesen eben auch nutzen können und nicht etwa an fehlenden Deutschkenntnissen scheitern. Wir haben vier konkrete Verbesserungen vor. Erstens die Ausbildungsförderung. Die in Deutschland sehr stark differenzierten und unübersichtlichen Zugangsregelungen für Ausländerinnen und Ausländer zur Förderung der Berufsausbildung bedürfen dringend einer Reform. Deshalb regeln wir in diesem Gesetz den Zugang zur Förderung der Berufsausbildung einschließlich der Berufsvorbereitung nach den SGB II und III grundlegend neu. Mit dieser Neukonzeption wird ein Systemwechsel erreicht, in dem die Zugangsregelungen nicht nur deutlich ausgeweitet, sondern auch stark vereinfacht werden. Damit können wir Gestattete und Geduldete während der Berufsausbildung, aber auch bei der Ausbildungsvorbereitung künftig passgenau unterstützen. Auch das fördert Integration durch Bildung. Die Neukonzeption ermöglicht außerdem, dass künftig auch EU-Bürgerinnen und Bürger während ihrer Berufsausbildung in einem Betrieb in Deutschland mit begleitenden Hilfen bei der Lebensunterhaltssicherung unterstützt werden können. Außerdem sollen Drittstaatsangehörige generell künftig besser unterstützt werden können. Auch das ist ein Beitrag zur Fachkräftesicherung. Ziel ist, die bestehenden Regelungen deutlich zu entschlacken und stattdessen einfache und klare Zugänge zu schaffen. Zum Zweiten verbessern wir die Sprachförderung. Ein ganz zentraler Punkt. Wir wollen den Zugang von gestatteten und geduldeten Flüchtlingen zur Sprachförderung ausweiten. Asylbewerberinnen und Bewerber mit unklarer Bleibeperspektive, die sich seit mindestens neun Monaten in Deutschland aufhalten und bereits arbeitsmarktnah sind, bekommen Zugang zu den Integrationskursen sowie bei Bedarf im Anschluss zu den Berufssprachkursen. Geduldete sollen nach sechs Monaten in der Duldung, in denen keine freiwillige oder erzwungene Ausreise erfolgt ist, eine Teilnahmeberechtigung für die berufsbezogene Sprachförderung erhalten können. Damit wird eben für große Teile dieser Personengruppen, die noch einige Jahre bei uns bleiben, eine frühere Deutschsprachförderung ermöglicht. Personen aus sicheren Herkunftsländern bleiben dabei ausgeschlossen. Wir entsprechen damit auch den Wünschen vieler Arbeitgeber, die immer wieder gesagt haben, dass mangelnde Deutschsprachkenntnisse ein Hindernis für die Beschäftigung sind, obwohl sie gerne mehr Leute einstellen würden. Wir bekommen auch viele Klagen von Unternehmen, die Geflüchtete ausgebildet oder angelernt, eingearbeitet haben und nun feststellen, dass ein Teil der Auszubildenden in der Berufsschule an der berufsbezogenen Deutschsprachförderung teilnehmen darf und ein anderer Teil nicht, obwohl sie zusammen die gleiche Ausbildung machen und in derselben Berufsschulklasse sitzen. Das wollen wir in Zukunft ändern. Also Sprachkurse für alle, die hier bleiben und hier arbeiten können sollen. Drittens Arbeitslosengeld während des Integrationskurses oder der berufsbezogenen Deutschsprachförderung. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem Integrationskurs oder einem Kurs der Deutschsprachförderung, der für die dauerhafte berufliche Eingliederung notwendig ist, sollen künftig Arbeitslosengeld weiterbeziehen können, wenn sie bereits einen solchen Anspruch erworben haben. Und viertens die frühzeitige Unterstützung zur Heranführung an den Arbeitsmarkt. Da wollen wir die Regelung entfristen, die es ermöglicht, dass Asylbewerberinnen und Bewerber mit sogenannter guter Bleibeperspektive bereits vor dem Arbeitsmarktzugang an den Arbeitsmarkt herangeführt werden können. Das heißt ganz praktisch, dass sie Leistungen der aktiven Arbeitsförderung aus dem Vermittlungsbudget oder Maßnahmen zur Aktivierung der beruflichen Eingliederung bereits frühzeitig erhalten können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Ziel ist, dass das Gesetz am 1. August 2019 in Kraft tritt. Dann gelten nämlich alle diese Regelungen. Und das sollte uns besonders wichtig sein für das kommende Ausbildungsjahr. Integration durch Sprache, durch Integration in den Arbeitsmarkt, das ist der richtige Weg. Ich würde mich freuen, wenn wir das gemeinsam zügig erreichen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Kerstin Griese. Nächster Redner, Sebastian Münzenmaier für die AfD-Fraktion.